Guten Morgen. Klasse. Lasst uns mit dem Wunschericht begegnen. Steve. Hi. Bitte, sprecht mir nach. Ich gehe gerne ins Kino. Ich gehe gerne ins Kino. Is for your screener. Ich gehe gerne ins Kino. In screener, screener, screener. Ich gehe gerne ins Kino. Ins Kino. Mino. Kino. Oh Gott. Hanako. Du gehst gerne ins Kino. Du gehst ins Kino. Was auch immer. Ist mir egal. Steve. Yes. Er, sie, es geht gerne ins Kino. Mom. Was hast du gesagt? Er, sie, es geht gerne ins Kino. I went to the park with my friends in the Kino. Steve. Er, sie, es geht gerne ins Kino. I went to the park with your friend. Er, sie, es geht gerne ins Kino. You and me tomorrow in the Kuinos? Kein Englisch. Deutsch. 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 Er, sie, es geht gerne ins Kino. A, B, C, D, U. Was heißt das in Deutsch nicht? Meine Güte. Deutsch. 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 I went to the, I, you're my kind of girl Kino. I cannot speak German. Deutsch. Hoe ist das denn? 言. Und das war. Das war ich. Dureibst.